Guten Evening everyone und herzlich willkommen zum Let's Play von Far Cry 3. Wir sind Real Green Tower Gangs. Ich bin nicht Johannes Brot und das ist ein totes Schwein. Ich nehme mir jetzt dieses Auto, das die bösen Leute eben, als ich eben auf dem Funkturm war. Sie haben es irgendwie kaputt gefahren. Toll. Hm, vielleicht finde ich ja noch im Weg ein anderes. Haben wir zwar letztes Mal gemerkt, dass das meistens nichts wird. Auch den Weg zum fälligen Auto finden, auch wenn es sonst immer so ist. Aber naja, vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr so weit. Achso, gucken wir doch mal auf die Karte, das haben wir noch gar nicht. Okay. Ja, da haben wir noch so einiges vor uns. Ah, das Lager hätte ich noch machen können. Aber das kann ich auch immer noch machen, ne? So, jetzt bin ich ja wirklich schon da. Das ist schön. Ich kann aber auch Leute töten, ohne dass Alarm ausgelöst wird. Aber anscheinend sollte ich es nicht drauf ankommen lassen. Wen höre ich denn hier? Ja. Ist es überhaupt noch jemand anders? Hm. Es fing gleich an zu regnen. Und zu gewittern. Also. Okay, jetzt kann ich mich töten, oder was? Oh, ja. Wollt ihr mich verarschen? Aber da ist doch die, da ist doch der Punkt. Wollt. Mom! Okay. Guck mal da! Hast du nicht gehört, ne? Werf ich das gegen den Baum? Das ist, glaube ich, besser. Dann da gegen das Blechding. Was für eine Scheiße? Warum läuft der da rum? Nein! Lass mal irgendwo hin. Huh? Und in Wasser. 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 Du kannst nicht in die Cenote. Zu riskant. Ach, das ist der jetzt zu riskant? Was ist er denn? Mit wem redet der? Oh, nicht, dass er gleich zurückkommt. Was ist das? 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 Ich dachte, dass jeder ist dein Freund, Mike. Was ist dein Wunsch. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ja. Ich habe es. Danke. Oh, wenn das nicht knapp war. Dann wollte ich hier mit der fucking Kamera rumrennen. Warum darf ich die denn nicht töten? Ach, ich bin eh leise. Jetzt ist die Frage, kommt der irgendwann wieder zurück, ne? Sand in Wasser. Ich weiß nicht, was Sand in Wasser ist. Das heißt, Mood. Das war schön laut. Das war schön laut. Oh Gott, nach vorne nach hinten. Lauf wieder nach da hinten. Nein, 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 nach da. Was war das? Hallo? Das war schön. Danke. Okay, läuft schon mal ein bisschen besser. Wann kann ich denn einfach einen davon killen und den... Okay, und jetzt approach the entrance... Wie soll ich das denn machen? Was soll ich ins Wasser springen? Ich versuche es mal. What's that? Bla 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 bla, und wir läuft es in die Richtung. Ah, kitzend. Ich hab irgendwas getroffen. Ich bin da. Laber doch keinen! Oh man! Ja, was geht denn jetzt hier? Die fahren mit dem Boot weg. Aber jetzt steht wenigstens hier niemand. Lauf ich grad ganz normal? Oh, auch gut. Der guckt mir zu weit nach da. Lassen wir ihn mal da hin laufen. Oh nein, bitte guck mich hierher. Geh gleich rechts rum, danke. Weil ich ins Wasser gesprungen bin, haben wir es angeblich gemerkt. Du mir auch. Ich hätte einfach den ersten umbringen müssen, der da oben alleine gehockt hat, dem die Sachen wegnehmen müssen und die Leiche, keine Ahnung wohin tut. Ja, das war noch. Das ist das. 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 Oh, 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 oh. Darf ich jetzt ins Wasser springen oder nicht? Soll ich rüberlaufen, hm? Danke. Oh, oh, oh. Immer diese Schiffe, diese immer wiederkehrenden Schiffe. Super, dafür bist du jetzt offiziell mega-Uckly. Okay. Okay. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Move forward. Alright. Let's go, let's go. Move it through. Are you clear? Alright. Next. You're good, Foster. At least it's nice. Psst. You wanna make some dough? Fuck yeah, what do you think I'm here? A local boss named Voss has just been killed. His empire is open for business. His boys are making money hand over fist. So why shouldn't we? What about Hoyt? Ha. Hoyt's got bigger concerns. It's a fucking buffet right now. But the food won't last long, so we might as well eat, right? Damn straight. Yeah man. Okay. Go watch the speech. Hey. Tell anybody about a conversation. You're fucking dead. No problem. I'm here. Okay. I'm here. Oh. Oh, oh. Oh my rosy-cheek new employees. Geh stein! Ich werde nicht sagen. Wir sind alle hier, um zurückzuhren. Aber es ist die Glückwunsch meiner Leute, die mich auf mich auf jeden Morgen. Mein Vater, Reste Sohn, war ein Miner-Diamond. Er kam auf die Kräcke von Don, rief ein Zigaretten, und in die Erde ging. Für die Wundervolle... Wundervolle Mann! Die Wundervolle war Gott. Ich bringe das gleiche Wundervolle in meine Wundervolle hier. Und ich wünsche euch alle das gleiche. Jetzt, es gibt nur drei Wundervolle, die Sie müssen folgen. Erst, protect meine Produkte. Ihr könnt sie verletzt, aber es ist ruhig. Zweit, alle Wundervolle in die Wundervolle und endlich, alle Wundervolle gehen zu mir. Ich bin ein Verständnis. Ich bin ein Verständnis. Aber wenn du einen von diesen Regionen ... 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 Klingt ja gut. Irgendwie wird das hier immer enger. Kann ich jetzt eigentlich immer noch Wingsuten? Kann ich keine Ahnung. Irgendwie von diesem Berg springen und dann Wingsuten? Gut, damit beenden wir diesen Part und nächstes Mal machen wir dann die Mission weiter. Also schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt... Hast du gesehen? Es hätte funktioniert! ...